Einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Ich habe das ja schon angekündigt. Das ist ein bisschen groß der Karton, der geht nicht ganz ins Bild. Das ist die GUWI TV Backlight T2, also der Nachfolger vom T1 für 50 bis 65 Zoll TV Geräte. Auch Alexa und Google Home fähig. Ich habe die jetzt seit kurz nach Weihnachten bestellt. Hat doch gar nicht so lange gedauert bis sie hier waren. Also nicht bei Amazon, sondern über die GUWI Seite direkt. Weil ich habe jetzt erst Videos gemacht, weil ich nicht wusste, ob ich es behalte, ehrlich gesagt. Weil ich habe die kurz nach Weihnachten bestellt in einer Kurzschlussaktion, weil ich hatte eine E-Mail gekriegt mit Rabatt und auf der Webseite gab es gerade Rabatt. Und dann habe ich den Rabattcode eingegeben und dann gab es den nochmal oben drauf. Und dann habe ich mich noch mit einer anderen E-Mail Adresse, also ich habe da kein Konto gehabt, ich muss mir dann erstmal überhaupt ein Konto da anlegen, damit ich bestellen konnte. Dann habe ich mich mit einer anderen E-Mail noch angemeldet für den Newsletter. Ja, weil dann gibt es auch nochmal 5 Euro, weil meine 5 Euro von damals haben nicht mehr gezählt, weil es zu lange her ist, wo ich mich für den Newsletter angemeldet habe. Also habe ich nochmal für einen neuen Newsletter angemeldet, gab auch nochmal 5 Euro Rabatt, sodass ich bei mir knapp 100 Euro angekommen bin. Und es ist um die 50 Euro gespart. Und da konnte ich dann echt nicht sagen, da musste ich dann zugreifen. Im Endeffekt habe ich mich dann geärgert und habe überlegt, ob ich es vielleicht weiterverkäufe. Weil wegen dem Auto und so, ihr wisst ja, dass ich da gerade eine große Reparatur hatte von 1500 Euro und dann kam noch die nächste Reparatur mit dem Schloss. Und da war ich kurz davor, deswegen habe ich da auch noch kein Unboxing gemacht. Aber jetzt egal, jetzt brauche ich wieder meine Hintergrundbeleuchtung. Ohne sieht kacke aus. Da werden wir jetzt einfach mal auspacken. Oh, ich wichse mal kurz noch schnell einen Akku. Moment. Da sind wir auch. Und jetzt werden wir das mal auspacken, das gute Stück. Wir haben hier oben so ein Ding, was wir ziehen können. Open. Und hier haben wir dann von der Seite. Open. Hier hinten ist es dann auch nochmal abgebildet mit anderen Govie Leuchten. Dream Reef. Synchro Color. Light. Und die neue Version hat halt praktisch hier eine Kamera mit zwei Linsen. Die T1 hat nur eine Linse. Und die LEDs sind bei T2 dichter zusammen. Bei T1 sind sie ein Stück weiter auseinander. Die Anzahl weiß ich jetzt aber nicht genau. Wie viele LEDs jetzt da mehr sind. So. Oh, die sieht ja schick aus. Das habe ich anders erwartet. Okay. Ich habe nur so ein paar Sachen mal durchgeguckt und die gelesen habe. Haben sie aber nicht ersagt, dass die Kamera... Oh, die hat aber auch Gewicht. Die oben so einen Bezug hat. Sieht ja gut aus. Die werde ich natürlich nur drauf lassen. Die Halterung haben sie verbessert. Im Gegensatz zu T1. Da war sie halt nicht so toll. Hier haben wir dann noch Gummi. Das passt halt auch bei kleinen. Bei schmalen TVs. Das war ja früher bei der T1. Ich habe mir da ein paar Videos angeguckt. Da war das halt zu breit. Und dann war das halt nur so. Und dann musste man dann halt was hier finden. Damit man halt hier auf schmaler Fernseher kommt. Hier geht es. Kann man sich dann selber variieren. So. Dann haben wir einmal die. Und dann haben wir hier noch. Ah, das ist der komplette Würfelteil. Den nehmen wir raus. Und hier unten. So. Ich werde es dann mit Josi zusammen anbauen. Also ich werde es jetzt noch nicht anbauen. Ich mache dann. Da werde ich auch wahrscheinlich kein Video machen. Weil da werde ich mich konzentrieren bei. Und hier haben wir dann die. LEDs. Die sind, soweit ich weiß, auch getrennt. Also wir haben hier keinen durchgängigen LED. So gerade hier einen Übergang. Ich glaube hier. Das könnte ein Übergang sein. Ja. Wir haben hier kein durchgängiges LED-Band für den Fernseher. Sondern einzelne Teilabschnitte für links, rechts, oben und unten. So. Aber Josi kommt ja etwas später. Deswegen können wir das erst nachher anbauen. Dann gucken wir erstmal hier rein. Was hier so drin ist. Ich muss dann auch noch gucken, wie es mit dem Strom auf sich hat. Okay. Und dann haben wir hier praktisch einen Stromkabel. Seht ihr das? Ja. Strom. Da werde ich nur wahrscheinlich einen Verlängerungskabel holen. Oder eine Steckdosenleiste mit genug Länge. Hier. Dass ich dann das hinterm Fernseher kleben kann. Aber eigentlich von der Länge müsste das auch passen. Im Kanal. Da werde ich testen. Aber dass ich dann unten halt nicht so viel Spannung drauf habe. Wisst ihr? Dann haben wir hier einen USB-C zu USB-C. Dann haben wir hier. Ach. Hier ist er zum Kleben. Okay. Warte. Dann gucken wir mal rein. Dann haben wir hier. Ach so. Das ist ein Clip für ein Kabel zum langführen. Was man dort hinten am Fernseher befestigen kann. Dann kann man den Kabel da durchführen. Ich habe aber auch so eine noch. Muss ich mal gucken, wo ich meine habe. Dann haben wir hier zweimal Klebestellen. Alkoholpads. Die sind jetzt dafür da, dass man die Fläche, wo man klebt, vorher mit den Alkoholpads desinfiziert und praktisch auch schmutzfrei macht, damit die LED vernünftig klebt. Ach. Hier sind dann noch mehr drin. Und hier haben wir dann noch ein paar Halter. Überall ist auch Klebeband schon dran. Das sind zwei Tüten. Und dann haben wir hier noch ein Karton. Ach. Hier sind die Klebedinger drin. Die klebt man dann an den Fernseher. Hier sind Klebestellen. Aber ein anderes Klebeband als das. Weil das gehst du nicht mehr so schnell ab. Hier ist ein ganz leichtes Klebeband dran. Die muss man dann oben links, oben rechts, unten links, unten rechts. Mittig, mittig. Also links, rechts, mittig. Oben, mittig. Weiß ich nicht, ob das auch muss. Und unten, mittig. Das werden wir sehen. Weil ich kenne nur diese Größen jetzt. Und das ist der Kasten. Der Goofi Kasten. Der Goofi Kasten. Der ist dafür da. Der kommt an die Rückseite vom Fernseher. Dass man halt die Leuchte hier separat ein und ausschalten kann. Man kann hier die Helligkeit machen, so wie es aussieht. Weil hier ist mit Strahlen ringsherum. Und hier wahrscheinlich die Modi. Und dann haben wir hier zweimal USB-C. Und einmal Strom. Ah, ok. Hier ist der Strom. Einmal USB-C. Und nochmal USB-C. Also USB-C könnte ich mir vorstellen, damit das an die LED kommt. Aber der zweite USB-C. Warum einen zweiten? Wir haben eine Verlängerung. Ah, ich glaube ich weiß warum. Ich glaube ich weiß warum. Da können wir praktisch hier unsere LED ran machen. Und hier könnten wir dann diese Erweiterung machen. Man kann ja auch nach links und rechts so einen Spotter hinstellen. Und dann kann man das Ambilight praktisch nicht nur auf dem Fernseher haben, sondern auch noch weiter erweitern. Und da wird das wahrscheinlich dazu sein. Aber die Anleitung ist ja da drin. Das werde ich mir durchlesen. Hier haben wir auch den ZM drauf. Hier haben wir wieder Klebeband drauf. Und das werde ich dann auch in die Ecke irgendwo kleben. Wahrscheinlich bei mir wird es die rechte Ecke vom Fernseher. Da ist der Kratzbaum. Und da komme ich halt von der Seite gut ran. Auf der linken Seite sieht das dann schon wieder etwas schlechter aus. Mit dem rankommen. Und von rechts kann ich da einfach so reingreifen. Das passt dann schon ganz gut. Ich werde natürlich dann auch ein Video machen, wenn alles fertig ist. Wenn es aufgebaut ist. Dass ihr euch das angucken könnt, wie es aussieht. Versprochen. Und wenn ich es einrichtet habe. Ich muss mir dann noch die Software runterladen. Das hast du nicht gesehen. Ich bin schon sehr sehr gespannt drauf. Aber wie gesagt. Ich weiß nicht, ob ich es heute schaffen werde. Weil ich da wirklich Ruhe und Zeit für nehme. Und nicht hektisch. Ich will das unbedingt sehen. Wenn es heute nicht klappt, dann mache ich es morgen. Weil es soll auch schön sein. Es soll gut aussehen. Es soll richtig gemacht werden. Und nicht halb. Deswegen. Ich bin schon sehr gespannt. Ich habe auch schon Testvideos gemacht. Vor längerer Zeit. Wie man zum Ambilight Testen. Das werden wir uns dann alles angucken. Ich bin jetzt erstmal weg. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ahoi. Sagt euer Odin. Odin! Odin! Odin's Test! Odin! Vielen Dank.